heute mal zur wechselung leute heute mal fnaf und ja wir sind hier in nacht 1 und 2 uhr morgens und ja ich bin glaube ich das hat mich richtig ich glaube jetzt geht's los jetzt geht's richtig los nein wo ist der also noch beide da ok passt eigentlich relativ 3 uhr die sind alle noch da perfekt ich habe mir hier links die tür zugemacht nein die käme ist ausgefallen nein ich kann bei den nirgends finden ich kann bei den nicht finden freddy ist noch da der ist korrekt hier ist chica wo ist bunny doch der ist direkt bei mir hier an der tür direkt er ist weg leute bunny ist weg ich kann ihn nicht finden leute ich kann ihn einfach nicht finden jetzt ist ja auch noch ausgefallen egal kein bock gerade sechs prozent noch wir sind bei nacht 1 um fünf uhr wir nur noch vier prozent hier ist nichts hier ist nicht nein nein okay ich mach auf ich mach auf bitte nein 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 ich bin da nein 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 Ja, ja, ja! Das war so knapp! Ey, ich hab Foxy schon an der Tür gesehen. GG. Die Nervenkitzel meines Lebens, Leute, aber really. Also, oh Gott, damn. Äh, ja, oh, oh, ihr seid noch da. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich hoffe, euch hat das erste Video, was ich auf diesem Kanal hier gepostet habe, beim lieben Steven, gefallen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie man sowas bitteschön auf 6 Minuten ziehen kann. Ich meine, ja, ich hab ab und zu mal pausiert die Aufnahme und dann wieder gestartet. Aber wie kann man sowas auf 6 Minuten ziehen? Ich meine, Luca spielte sie auch nicht am Stück, jetzt eher zum Beispiel. Aber ja, einfach, ich sag, ich sag nichts mehr. Auf jeden Fall dann, ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye!